Ja, Thorsten Siegner, sechs Tage Trainingslager in Heilbert-Heiligenstadt gehen für uns zu Ende. Wie fällt dein Fazit dessen, was auf dem Platz und auch neben dem Platz passiert ist hier aus? Grundsätzlich, und das ist, glaube ich, das Wichtige, ist es positiv. Wir müssen natürlich so ein Trainingslager als Gesamtpaket betrachten und dürfen nicht möglicherweise nur die Spiele nutzen oder nehmen, um ein Trainingslager zu bewerten und deshalb grundsätzlich positiv. Aufgrund dessen, weil wir erstens super Bedingungen hier vorgefunden haben, also das Hotel, die Trainingsbedingungen, die Möglichkeiten, Trainingsinhalte eben abzuhalten, die waren optimal. Die Leute, die uns hier betreut haben, waren sehr zuvorkommen. Wir wurden toll empfangen. Wir haben eine Woche erlebt, wo wir uns willkommen gefühlt haben und dementsprechend ist das super positiv. Außerdem waren auch Trainingsinhalte, die wir gemacht haben, durchgängig möglich. Wir konnten alles machen. Das heißt, wir hatten auch mit dem Wetterglück, dass wir nicht besonders heiße Tage hatten oder besonders regnerische Tage, sodass wir da auch alles durchziehen konnten. Und es gibt trotzdem Wermutstropfen. Und das sind sicher die Ergebnisse der Testspiele, die wir uns alle gemeinsam natürlich anders vorgestellt haben. Aber in der Vorbereitung hat man dann, egal ob man gewinnt oder verliert, immer Erkenntnisse aus den Spielen. Und die konnten wir sammeln aus beiden Spielen. Und das Schlimmste, und das ist das, was eigentlich so am meisten negativ hängen bleibt, ohne dass wir da total traurig sind, sind die Verletzungen. Dass zwei Spieler mit angereist sind, aber eben wieder zurückreisen mussten, das ist natürlich ein Szenario, was man sich gar nicht wünscht. Und das war aber da auch notwendig, weil sie in Duisburg einfach besser betreut sind, weil sie die Möglichkeit haben, 24 Stunden vollumfänglich Reha-Programme zu absolvieren, um wieder schnellstmöglich gesund zu werden. Und trotzdem wäre es cool gewesen, wenn die beiden Jungs bei der Mannschaft die ganze Zeit gewesen wären. Weil auch da teaminterne Maßnahmen, gegenseitiges Kennenlernen, Zusammensitzen, Gespräche im Laufe des Tages für eine Mannschaft auch total wichtig sind. Aber nochmal, um im Fazit zu ziehen, es war nicht so, dass wir sagen, es war alles perfekt aufgrund dieser Ergebnisse oder der Verletzten. Aber es war ein Drehungslager, was sich auf jeden Fall gelohnt hat. Sprichst du jetzt insbesondere zwei Blessuren von Philipp König und Pascal Köpke an? Es gibt ein paar andere Jungs, die jetzt auch ein bisschen kürzer treten mussten. Wie sieht es da gerade aus? Ja, also es geht tatsächlich um die beiden Jungs, die nicht bis zum Ende hierbleiben konnten. Und nach Duisburg zurückreisen mussten oder zurückgereist sind und dort mehr oder weniger alleine trainieren. Und die anderen Jungs, die so ein bisschen kürzer treten mussten, beziehungsweise individuell behandelt werden mussten, das sind ja Themen, die wir auch ohne Trainingslager in Duisburg haben, immer wieder. Dass Spieler individuell betrachtet werden müssen und man Rücksicht darauf nehmen muss, wie können wir es belastungssteuerungstechnisch, total langes Wort, wie können wir es am besten handhaben, dass sie zum ersten Spiel oder zu den Wettkampfspielen gesund sind. Das sind keine Dinge, die uns belasten, weil die sind in allen Themen integriert, die sind teilweise sogar mit auf dem Trainingsplatz, die sind in den Besprechungen dabei. Deswegen ist das unproblematisch, weil es einfach zu einem Mannschaftssport dazugehört. Stichwort gegenseitiges Kennenlernen hast du jetzt gerade gegeben. Ihr hattet euch auch vorgenommen, hier an Hierarchien zu arbeiten beispielsweise. Welche Erkenntnisse nehmt ihr da in diese Richtung mit zurück nach Duisburg? Ja genau, auch das gehört zu einem Trainingslager dazu. Und zwar aufgrund dessen, dass wir 24 Stunden am Tag beieinander sind, übertrieben dargestellt aufeinander hocken. Und dann erkennt man schon, wer unterschiedliche Dinge in die Hand nimmt, und wer sich Zeit nimmt, in der Mannschaft, für die Mannschaft verschiedene Wege zu gehen. Das sind gute Dinge. Da gibt es dann ein paar Sachen, die sie nicht überraschen. Dass unsere erfahrenen Spieler sich dort mal Jungs zur Seite nehmen. Dass sie in persönlichen Gesprächen oder in Gesprächen mit der Mannschaft die Wortführer sind. Aber es kristallisieren sich eben auch jüngere Spieler heraus, die einfach Erfahrung gesammelt haben, die sich auch mal zu Wort melden, und die bereit sind, auch kontrovers innerhalb der Mannschaft zu diskutieren. Und das erkennt man dann schon. Und das ist cool, das gehört zu einer Entwicklung der Mannschaft dazu. Weil wir das eben genau in Phasen des Spiels, in Phasen der Saison, wo es eben Widerstände gibt, genau das brauchen. Möchtest du da ein bisschen ins Detail gehen? Gibt es jemanden, der sich besonders hervorgetan hat, wenn du auch junge Spieler ansprichst jetzt beispielsweise? Nein, ich glaube, dass das auch gar nicht wichtig ist, da einen Namen zu nennen. Wichtig ist einfach, wie funktioniert die Mannschaft intern. Ich glaube, es schadet bzw. hilft niemanden, wenn wir irgendwelche Leute über Kanäle herauskristallisieren. Das bleibt bei einem Mannschaftssport. Und das, was auf dem Feld, in der Kabine passiert, das funktioniert sowieso. Und dort ist es ähnlich wie auf dem Fußballfeld, dass Namen dort unwichtig sind, sondern einfach Taten. Und deswegen ist es dort nicht notwendig, Einzelne herauszustellen, sondern auch, dass es eine Entwicklung der Mannschaft, die unwichtig ist, wer wie heißt, wer wie alt ist. Aber man sieht es eben. Teil der Reisegruppe oder Teil des Trainerteams war jetzt hier in Heiligenstadt auch Sydney Sam beispielsweise. Wie würdest du seine Rolle jetzt hier aktuell beschreiben? Sehr wichtig, um es vielleicht mal mit zwei Worten zu beschreiben. Es war ja schon in der Rückrunde der letzten Saison, war es ja schon so, dass er Teil unseres Teams war, dass er sich dort vor allen Dingen erstmal akklimatisieren musste, dass er erstmal so ein paar Abläufe im Trainerteam kennenlernen musste, um zu schauen, wo kann ich mich einordnen, wo ist meine Rolle, wo kann ich dem Trainerteam und der Mannschaft-Verein am meisten weiterhelfen. Und das war dann schon gegen Ende der Saison so, dass er sich wirklich explizit in Gruppen oder im Einzelnen Offensivspielern gewidmet hat. Dort hat er als Aktiver sehr große Erfolge gefeiert, ob im Verein, aber auch in der Nationalmannschaft. Und auch in dieser Rolle wird er in Zukunft für uns fungieren. Er ist ein total wichtiger und kompetenter Ratgeber innerhalb des Trainerteams, wenn wir kontrovers diskutieren, wenn wir verschiedene Entscheidungen diskutieren. Dort einfach auch seine Meinung mit gut zu tun, auch da aufgrund seiner Erfahrungen unter unterschiedlichen Trainern, in unterschiedlichen Vereinen, auf unterschiedlichen Ebenen. Und er ist vollwertiges Mitglied unseres Trainerteams, der von seinen Aufgaben, von seiner Kompetenz, so wie alle anderen auch voll akzeptiert und integriert ist. Jetzt sind ja nicht nur Pascal Köpke und Philipp König frühzeitig abgereist. Ursprünglich war ja auch der Plan, dass die gesamte Gruppe bis Sonntag hier bleibt. Jetzt ist schon der Samstag der Abreisetag. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, wie es dazu kam. Ja, also es war eine Überlegung im Laufe dieser Woche, die wir schlussendlich dann am Donnerstag gemeinsam im Trainerteam mit unserem sportlichen Leiter gefällt haben. Vielleicht mal zur Erklärung, man plant ein Trainingslager relativ zeitig, bevor es eben stattfindet, um alle organisatorischen Dinge zu klären, um die Vorbereitungszeit vor einem Trainingslager, beziehungsweise auch nach einem Trainingslager, eben so gut wie möglich schon zu fixieren. Und dann kommen Eventualitäten dazwischen. Und in dem Fall war es so, dass wir geplant hatten, in dieser Woche Mittwoch und Samstag unsere Testspiele zu machen. Das war aus terminlichen Gründen auch für, beziehungsweise mit unseren Gegnern eben nicht möglich. Zumindest das zweite Spiel am Samstag. Das hat dann, wie jeder weiß, schon am Freitag stattgefunden. Und dann gibt es eben die Überlegung, was macht man mit den zwei Tagen nach so einem Testspiel oder nach einem zweiten Testspiel. Und unsere Überlegung war einfach, dass wir, was den Rhythmus anbetrifft, am Wochenende ein Spiel zu haben, mit der Mannschaft Regenerationsträgen nach dem Spiel zu machen, Spielersatzträgen nach dem Spiel zu machen, dann auch die notwendige Verschnaufpause den Jungs zu geben. Wie können wir das am besten strukturieren, aufgrund der letzten Wochen, aber auch im Ausblick auf die kommenden Wochen. Und dann haben wir nächstes Wochenende wieder ein Testspiel. Und dann war es für uns sinnvoller zu sagen, wir nutzen den heutigen kompletten Tag, also den Samstag, um mit der Mannschaft nochmal hier zu trainieren. Und dann aber im Anschluss an das Training eben abzureisen. Und Ihnen nach vier anstrengenden Wochen, das muss man auch ganz deutlich sagen, den Sonntag schon mal als freien Tag zu geben, wo Sie nach Hause fahren können, wo Sie Ihre Familien sehen können, wo Sie aber vor allen Dingen körperlich regenerieren können und auch geistig. Und das ist vielleicht das einzige Ungewöhnliche, dass man deshalb dann statt Sonntag schon Samstag abreist, aber für uns intern, für uns als Verein, auch in Absprache mit den Hotelverantwortlichen, total unproblematisch und vor allen Dingen viel sinnvoller. Dann zuletzt noch kurz den Blick nach vorne geworfen. Wir spielen jetzt nächste Woche Samstag in Duisburg dann gegen The Graf Shop. Worauf werdet ihr da in der Woche Wert legen und wie wird die aussehen? Ja, also vier Wochen Vorbereitung bedeutet natürlich vier Wochen extrem hohe Belastung für die Mannschaft, was den Körper, aber auch den Geist anbetrifft. Und jetzt kommt sozusagen unsere letzte Vorbereitungswoche, weil wir eben die Woche nach The Graf Shop schon als erste Wettkampfwoche sehen, zum Spiel in Freiburg hin. Und das zählt dann nicht mehr in den Gedanken natürlich nur, aber das zählt dann nicht mehr zu einer Vorbereitung, sondern zur Vorbereitung auf die erste Begegnung. Also das ist unsere erste Wettkampfwoche. Und dementsprechend arbeiten wir in der kommenden Woche dann logischerweise auch viel im Detail, Bezug nehmen vielleicht auch schon auf den Gegner SC Freiburg, den wir dann auch schon im Video gesehen haben, wie sie sich in der Vorbereitung aufstellen. Und dann ist es vergleichbar mit so einer ersten Wettkampfwoche. Inklusive unserem letzten Testspiel, wo es dann total wichtig ist, zum einen für die Mannschaft ein gutes Gefühl in die erste Wettkampfwoche mitzunehmen, auch schon mal zu gucken, das könnte dann nächstes Wochenende tatsächlich schon eine vermeintliche Startelf auch für Freiburg sein. Obwohl man sich da nie drauf verlassen kann, weil im Fußball eben so viel passiert in einer Woche. Im Training kann sich jemand in den Vordergrund spielen. Es kann auch jemand ausfallen dann kurzfristig für das Spiel in Freiburg. Aber insgesamt läuft die Woche schon dann ähnlich wie eine Wettkampfwoche ab, was die Belastungssteuerung angeht. Wir wollen, dass die Jungs am Wochenende so frisch wie möglich in das Spiel gehen, wo wir in den ersten vier Wochen inklusive dem Trainingslager wenig Rücksicht darauf genommen haben, sie zu dem Spielen in einem perfekt frischen Zustand zu haben. Das sollte schon nächste Woche gegen den Graf Schraub der Fall sein. Und deswegen ist die Erwartung von uns natürlich auch groß, dass wir dort zum einen ein gutes Spiel machen und zum anderen auch nochmal ein gutes Ergebnis erzielen. Das wünschen wir uns alle. Dann sagen wir vielen Dank Thorsten Siegner. Sehr gern.